Hallo, bald ist es soweit, die zweite Staffel der Goldenen Gnechel Show kommt. Was sagen Sie dazu? Ja, schießt, ne? Ja. Scheiße. Wie, scheiße? Ja, ich find die Sendung für den Arsch. Ja, aber du bist bei der zweiten Staffel auch dabei. Ja, geil! Super! Es ist so kurz vorm Kitsch. Was für das Herz. Aber auch für den Kopf. Ich bin auch sehr traurig. Wir sehen uns in der zweiten Staffel. Es gibt einige Überraschungen. Zum Beispiel seht ihr die Young Spirits in der Goldenen Gnechel Show! Wow!